So, und da sind wir nun auch wieder. Und weiter geht's mit Dragon Age 2. Das wird die Spannungen nicht mindern. Der Sohn des Vicomt und die Aggression der Kunari. Wenn auch gerechtfertigt. Die Sache wird niemals enden. Hork, ich dachte es könnte warten, aber ich muss mich in eurem Haus mit euch unterhalten. Möglichst bald. Gut, dann machen wir das mal. Los geht's. Ja, das sah nicht besonders gut aus und das ist auch nicht besonders gut. Aber wir werden erstmal das Schwarze im Emporion hier besuchen. Um ein paar Sachen noch zu machen. Ja, die Aufnahme musste ich von 9 beginnen. Grund dafür ist halt leider so, ich habe leider meine Stimme nicht mit aufgenommen. Schade drum. Schade. So, nun sind wir wieder hier. Tagchen, Alter. Was auch immer du bist. Hallo Bengel. Vergreift euch nicht an dem Bengel. Er steht nicht zum Verkauf. Sucht euch euren Ei. Ist schon gut. Gut. Und hier? Äh. Ja, verkaufen wir mal die Sachen hier, die wir nicht brauchen. Krieger, Kriegsstiefel. Gut. Nehmen wir die mal weg. Die Amulett. Das auch noch. Das. Das. Und das auch noch. Plunder auch noch mitverkaufen. Und wieder zurück. Dann, was noch? Wisst ihr, nur wenige sind einer Einladung würdig. Die Leute durchsuchen die Kanalisation nach dem Emporium und belästigen den alten Bänken. Und ich sage ihm immer wieder, er soll ihnen antworten. Nein! Ihr seid nicht würdig. Verhungert in der Kanalisation. Nur leider spricht der Bengel nie. Seltsam. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier alles haben. Zwei Hände. Äh. Rente des Magisters. Äh. Ja. So. Was haben wir hier? Rüstung von König irgendwas. Dem Vergessenen. Äh. Okay. Gewand des Mystikers. Naja. Der Grübler. Okay. Okay. Äh. Vergiss es, was ich gefragt habe. Und hier? Seufzer des Erbauer. Dieses Gebräu ermöglicht es demjenigen, der es trinkt, seine Attribute, Spezialisierung und Zauber oder Talente dauerhaft neu. Okay. 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 Was haben wir hier? Ah. So. Getränke. Wir haben hier Runen. Äh. Spindelkraut. Ne. Rune des Gebräuers. Rune des Glücks. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Elixier. Nehmen wir auch mit. Dann nehmen wir mal eine Rune des Glücks mit. Und. Ach du Schande. Das sind die Dinger teuer. Aber okay. Trank des Steinen und der Steinrüstung. Heiltrank. Also genug Geld haben wir ja. Also genug Geld für einige. Ja. Okay. Ein Gold. Ja. Nehmen wir mal halt mit. Kräengift. Fellgift. Schwächendes Gift. Teerbombe. Ja. Das können wir alles später machen. Rune des Glücks haben wir jetzt nun bekommen. Da schreit jemand. Kräengift haben wir bekommen. Das heißt nun, wir müssen doch wieder zurück. Und zwar hier hin. In die eigenen vier Wände. Und gucken wir mal, was da los ist. Das hier ist wichtig. Fugt nicht mit eurem selbstsüchtigen Geschwätz dazwischen. Kommt mal von eurem hohen Ross runter. Ich habe auch meine Probleme, wisst ihr? Was soll ich mir zu trinken bestellen? Und wer ist wohl der Vater? Oh, ihr Kleine. Was ist denn jetzt schon wieder? Hork. Der Arishok gewährt zwei flüchtigen Unterschlupf, die zum Kuhn übergetreten sind. Er muss davon überzeugt werden, sie gehen zu lassen. Dank Patrice fürchten ihn die Leute ohnehin schon. Wenn jetzt auch noch der Eindruck entsteht, er könne sich über das Gesetz stellen. Ich brauche eure Hilfe, damit die Dinge nicht außer Kontrolle geraten. Ich werde sterben. Na also, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Ich habe ein echtes Problem. Eins nach dem anderen, bitte. Moment. Wovon sprecht ihr? Erinnert ihr euch an die Reliquie, die wegen der Castillon mich umbringen will? Ein Mann namens Schielaugensam hat sie. Wenn ihr mir helft, sie in meinen Besitz zu bringen, wird Castillon mich nicht töten. Ich bitte euch, ich versuche zu verhindern, dass sich die gesamte Stadt gegen die Kunari zusammenrottet. Nun ja, es gibt da vielleicht eine Verbindung. Was? Wie bitte? Ich sage nur, dass uns die Reliquie vielleicht weiterhilft. Für irgendjemanden ist sie vielleicht wichtig, nicht wahr? Auf einmal fangt ihr an, verantwortungsbewusst zu werden. Verdammt. Okay. Wer sind die Flüchtlinge? Wieso sollte irgendjemand ausgerechnet zu den Kunari fliehen? Es sind Elfen, die des Mordes angeklagt sind. Vielleicht denken sie, sie hätten nichts mehr zu verlieren und sind deshalb aus dem Gesindeviertel geflohen. Und wenn sie wirklich konvertiert sind? Ich weiß es nicht. Aber wie viele werden dasselbe versuchen, wenn ich es jetzt zulasse? Sie dürfen sich nicht einfach der Gerechtigkeit entziehen. Und was wird geschehen? Ihr rechnet also mit Ärger. Nach dem, was mit dem Sohn des Wiekorn geschehen ist, ja. Ich hoffe, die Kunari sind nicht auf einen Kampf aus. Ich hoffe, sie lassen vernünftig mit sich reden. Aber das werden wir sehen müssen. Aber warum kommt ihr zu mir damit? Das klingt nach einer Angelegenheit für euch und möglichst viele eurer Gardisten. Einen ganzen Trupp zu schicken, würde die Spannung nur noch verstärken. Aber ihr habt recht. Ich bin der Hauptmann. Ich trage die Verantwortung. Allerdings hat der Wiekorn vermutlich gehofft, dass ich mich in dieser Angelegenheit an euch wende. Dann hätte er selbst kommen sollen. Vielleicht. Aber es ist verständlich, dass er momentan nicht in bester Verfassung ist. Ich würde ihm gerne helfen, wenn ich kann. Ja, stimmt leider. Der Wiekorn hat vor kurzem seinen Sohn verloren und in bester Verfassung ist er momentan auch nicht. Und was habt ihr gerade erst gehört? Wieso kommt das alles so plötzlich, Isabella? Sam hat mit Schwarzmarkthändlern überall in der Unterstadt gesprochen. Es war nicht besonders schwierig, das mitzubekommen. Was mich frustriert ist, dass er die Reliquie so lange behalten hat. Wer ist Sam? Und wer sind die Käufer? Ihr solltet also ein Schwert mitbringen. Oder zwölf. So viele habe ich ja auch nicht gerade. Doch, eigentlich schon. Wir haben eine große Tasche und da passen so viele Schwerte und Rüstungen rein. Ist das wirklich eure Reliquie? Seid ihr sicher, dass es diese Reliquie ist, hinter der ihr her seid? Ich habe mich schon seit einer ganzen Weile umgehört. Und dabei ist mir auch eine Beschreibung des Buches zu Ohren gekommen. Es ist das Richtige. Ein Buch? Ich dachte, ihr wüsstet nicht, was die Reliquie ist. Nun, ich... Ich weiß, dass sie ein Buch ist. Mehr weiß ich allerdings nicht. Es ist in einer fremden Sprache verfasst. Um ganz ehrlich zu sein. Welche Rolle spielt das schon? Es wird mich vor Castillon retten. Also brauche ich es. Also, wir helfen zuerst mal Isabel. Wir müssen diese Angelegenheit mit der Reliquie erklären, bevor wir uns um die Konari kümmern. Ihr vertraut ihr wirklich so sehr? Vermutlich nicht. Ich würde es jedenfalls nicht tun. Sie werden nicht ewig im Areal abwarten, Hork. Ich hoffe wirklich, das hier hilft uns weiter. Denn wenn nicht... Denkt ihr etwa mir macht es Spaß, ständig an dieses Ding zu denken? Kommt schon. Die Übergabe findet heute Nacht in einer Gießerei in der Unterstadt statt. Super. Das sieht gerade mal das Kommando hier. Seid ihr euch da sicher? Der Champion wurde gebeten, zu den Konari zu gehen? Mhm. Ich nehme an, ihr denkt, er hätte das alles geplant. Wenn man bedenkt, wohin es geführt hat. Ach, kommt schon, Sucherin. Ich will Hawks Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber niemand hätte vorhersehen können, wie es sich entwickeln würde. Oder denkt ihr immer noch, ich lüge, um meinen Freund zu schützen? Einige Elemente eurer Geschichte ergeben Sinn. Und ihr hättet ansonsten nichts darüber wissen können. Da bin ich aber erleichtert. Das heißt jedoch nicht, dass ihr mir auch alles erzählt. Ich will, dass diese Geschichte erzählt wird. Ihr seid nicht die Erste, die eine völlig falsche Vorstellung hat. Ich glaube, so viel bin ich Hawks schuldig. Gut. Bevor wir aber auch weiter gehen, muss noch was gemacht werden. Sie sind eure Reisen erfolgreich verlaufen. Und zwar müssen wir unsere Ausrüstung nochmal begutachten. Ich will hier die Glitzersachen. So, dann mal los. Dann mal gucken, was haben wir da? Rune des Glücks. Mhm. Ja, erstellen wir mal ein paar von denen. Und Rune des Geistes. Auch ein paar von denen. Naturruhne. Das stellen wir auch mal. Rune der Verteidigung. Rune des Frostes. Naturabwehr. Ja, machen wir nur ein paar. Dann noch Rune des Blitzes. Rune des Feuers. Rune des Schutzes. So, das hätten wir schon mal. Und dann nochmal Giftherstellung. Und zwar Todeswurzelgift. Karnas Gift. Kräengift. Zweimal Todeswurzel. Sondern. Metales Gunst. Dieses Flasche in Flasche wird geworfen und zerbricht beim Aufprall. Dabei Substanz freigesetzt, die alle Verbündeten in der Nähe erweckt. Ah. Die in die Schlacht gefallen sind so, dass sie mit einer Gesundheit und Mana Ausdauer wieder... Ja, warum erstellen wir nicht gleich ein paar? Könnte uns vielleicht behilflich sein. Im Laufe des Kampfes. Also wenn man schon die ganzen Sachen da nicht vorhanden hat... Ach, verdammt. Ja, super. Ich habe eine Sache vergessen. Ah, verdammt. Ja, da lang. So, erstmal verzaubern. Weil das ist erstmal notwendig. Wir müssen eine Verzauberung starten. Frostabwehr. Und wo haben wir das noch? Ach. Ja, warum machen wir nicht noch Rune des Glücks rein? Nee. Rune der Verteidigung. Ja. Machen wir das mal rein. Und zurück. Dann... Maske des Abtrünnigen. Naturabwehr. Und... Nein. Doch, wir tun mal da eine Glücksruhne rein. Und hier... Schutzruhne. Nee, zurück. Ach, verdammt. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir ja noch loswerden müssen. Ach, wir haben ja eigentlich auch zu viele Sachen. Ach, nee. Können wir das ersetzen? Ähm... Ja. Wir haben ja genug von denen. Und... Ach, verdammt. Hätten wir doch noch eine Feuerruhne. So, ich glaube, das langt jetzt erstmal. Ich kann das für euch machen. Ja, dankeschön. Und weg mit einigen Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Das... 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 Das einmal. Rube des Stillen. Natürlich kommt das auch noch mit hinzu. Das auch noch. Das auch noch. Und das auch noch. Haube des Aufsehers auch da mit rein. Äh... Was ist das? Dann haben wir noch einen Aufstieg in Fähigkeiten. Gut. Joa. Das hätten wir schon mal. Und noch eins. Attribute. Zwei Attributpunkte. Na, geil das Ding. Gut. Und haben wir dann noch was? Elixier. Ach, für Krieger und Schurken. Ach, toll. Da habe ich mir echt was andrehen lassen. Ah, ist auch egal. Das einmal rein. Und nochmal ein Aufstieg. Hm. Was? Ah, scheiße. Ja, das wird jetzt im Moment dauern. Jetzt habe ich hier Mist gebaut. Okay. Bis gleich.